Nuss El-Masau, CDU-Politiker vor den Rausschmiss und Ausweisung von Profi des FC Bayern nach Pro-Palästina-Post Nuss El-Masau vom FC Bayern München sorgte an diesem Wochenende für Aufsehen. Als er in den sozialen Medien eine Botschaft teilte, in der er den Palästinensern den Sieg über Israel im Nahostkonflikt wünschte. Der CDU-Politiker und Bundestagsabgeordnete Johannes Steiniger reagierte schockiert auf die offensichtliche Haltung des Marokkaners und forderte sogar seinen Ausschluss. Kurt Landauers Klopp, den die Nazis Judenklub nannten, konnte damit nicht aufhören, schrieb der 36-Jährige auf X, ehemals Twitter. Der jüdische Landauer war mit gelegentlichen Unterbrechungen von 1913 bis 1951 fast 20 Jahre lang Präsident des FC Bayern. Anschließend wandte sich Steiniger direkt an den deutschen Rekordmeister über die Masau-Affäre, lieber FC Bayern, verweisen Sie ihn sofort. Darüber hinaus müssen alle staatlichen Möglichkeiten genutzt werden, ihn aus Deutschland auszuweisen. Christoph Ploss teilt die Ansichten seines CDU-Kollegen, ich hoffe, dass der FC Bayern zu einem Abschluss kommt. Wer den schrecklichen Terroranschlag der Hamas gegen Israel versteht, Hat in Deutschland keinen Platz, las er in den sozialen Netzwerken des Bundestagsabgeordneten. Der marokkanische Nationalspieler hat am Sonntag in seiner Instagram-Story ein Video geteilt, in dem wir die palästinensische Flagge sehen können. Im Hintergrund erklang eine Stimme wie ein Gebet, Herr, bitte hilf unseren unterdrückten Brüdern in Palästina, den Sieg zu erringen. Möge Gott denen gnädig sein, die gestorben sind, möge Gott ihre Wunden heilen. Masau schütze sich der Bayern-Verteidiger beschriftete den Beitrag mit einem Gebets-Emoji und dem Wort Emin, Amen. Noch am selben Abend äußerte sich Masau in sozialen Netzwerken zu seinen Aktivitäten und verteidigte sich. Zu deutsch, das ist es. Zunächst möchte ich sagen, dass es enttäuschend ist, erklären zu müssen, wofür ich stehe. Es gibt eine Situation, in der tausende unschuldiger Menschen ermordet werden, sagte der 25-Jährige. Meine Ansicht ist, dass ich mich für Frieden und Gerechtigkeit in dieser Welt einsetzen werde. Von Bild, unter anderem Zitate aus der Zeitung. Das bedeutet, dass ich mich stets gegen alle Formen von Terrorismus, Hass und Gewalt einsetzen werde. Und das werde ich immer unterstützen, fuhr Masau fort. Masau reagierte mit Ignoranz. Vor etwa einer Woche verübte die palästinensisch-islamische Extremisten-Organisation Hamas einen Angriff auf israelische Zivilisten. Bei dem mehr als 1300 Menschen getötet wurden. Masau reagierte weiterhin verwirkt darüber, dass er mit Hassgruppen in Verbindung steht. Er machte auch deutlich, dass ich nie die Absicht hatte, jemanden zu beleidigen oder ihm zu schaden, weder absichtlich noch unabsichtlich. Der FC Bayern reagierte mit einem kurzen Statement auf die Vorfälle rund um den Rechtsverteidiger und bestätigte, man stehe sofort in Kontakt mit dem Masau. FC Bayern kommentierte Masau-Beitrag dieser Spieler ist derzeit mit der marokkanischen Nationalmannschaft in Afrika. Seiner Rückkehr ist ein ausführliches, persönliches Gespräch mit der Führung des Münchner Klubs geplant, sagte der deutsche Fußball-Rekordmeister gegenüber deutsche Presseagentur. Unabhängig davon wisse jeder, auch jeder Mitarbeiter, jeder Spieler, für welche Werte der FC Bayern steht. Unmittelbar nach dem Hamas-Angriff aufwächst schrieb der deutsche Rekordmeister. Der Verein mache sich Sorgen um seine Freunde in Israel, dies betonten die Münchner in der Stellungnahme weiter. Gleichzeitig hoffen wir auf ein friedliches Zusammenleben aller Menschen im Nahen Osten, sagte der FC Bayern. Das ist eine große Herausforderung. Vielen Dank.